Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil die Atmosphäre hier einfach sehr familiär ist. Weil die Lehrer voll hilfsbereit sind. Weil ich hier viele Freundschaften schließe. Wir gehen gerne ins Alte Gymnasium, weil man sich hier sehr hoher fühlen kann. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil es da sehr schön ist. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil die Schüler und Professoren sehr nett sind. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil mir die Atmosphäre hier gut gefällt. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil ich da meinen besten Freunden kennengelernt habe. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium mit Jogen, weil ich eine gute Chance auf eine gute Schulausbildung habe. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil ich finde, dass man sehr gut Freiheiten hat. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil die Schule sehr familiär eingerichtet ist. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil ich hier die liebsten Kollegen der Welt habe. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil es Naturwissenschaft, Musik, Robotik und alles andere gibt. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil die Lehrer die besten der Welt sind. Ich bin froh, Teil des Alten Gymnasiums zu sein, weil ich vom umfangreichen Bildungsangebot überzeugt bin. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil ich es sehr schön finde, die Professoren mag und ich in einer tollen Klasse bin. Ich gehe gerne ins Alte Gymnasium, weil wir alle eine große Familie sind.